Sehr, sehr schwach. Enttäuschend, muss ich fast sagen. Nicht nur fast. Oder habe ich sogar 1, 2 verloren, die zweite Halbzeit? Ich weiß nicht mehr. Keine Ahnung. Stand es 5-0 oder 4-0? Ich glaube, 4-0. Doch, ich glaube 4-0. So, Streeters 0-3. Los geht's. Seit wann steht da Begegnung drüber? Was weiß denn ich? What do I know, ey? 11-0. Man setzt sich aber auch ein bisschen hohe Erwartungen. Das könnte ein bisschen ein Problem werden. Aber wir probieren's mal. Und let's go! Let's play, Junge! Schade. Nein, 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 nein. Jetzt wollte ich grätschen und der hat mich ausgetriegt. Du Arsch. Du blöder Arsch, ey. Aber Wufon ist leider immer noch zu heftig für dich. Wufon ist zu heftig für dich. Ist zu heftig für dich. So, und so macht man's Deko 1-0. Geil. Will ich aber gar nicht sehen. Ich will jetzt ein bisschen Tempo machen, dass ich... Ich hab das Gefühl, jetzt komm ich in diesen Zwischensequenzen da immer so ein bisschen raus. Deswegen versuch ich dir jetzt zu überspringen. Oh nein, oh nein, Alter. Du denkst echt, du kannst was reißen, oder was? Was willst du denn, du Opfer? Na, 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 na. Autsch. Das ist bitter, wenn man jemand austricksen will und dann komplett in die Fresse bekommt. Aber gut. Let's live. Komm mal, gib mal die Kugel. Gib mal die Kirsche. Bitte, bitte. 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 Danke. Nee, hat nicht wehgetan. Sagt nur so aus, Junge. Vollidiot, ey. Und mein 11-0 kann ich mir... Alter, juck. Nase. Ja. Scheißteil, ey. Nase, wer brauchst du das, ey? Das war doch... War das ein Pananana, echt? Oh. Wenn man von dem Vereinstrick... Wenn man den eigenen Vereinstrick abbekommt, ist schade. Um nicht zu sagen, echt... Wach. Das war zu schnell für meine Augen, was? Das war zu schnell für meine Augen gerade, ey. Wow. Ich sehe das so und denke so, was? Ich denke, was? Alter, das kann ich nicht gemacht haben. Das kann gerade nicht passiert sein, Junge. War das jetzt meiner oder nicht? Keine Ahnung. Was weißt du nicht? Komm, 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 komm. Es war so klar, ey. Es ist zum Kotzen. Es ist zum Kotzen, verdammt. Und dann mache ich nicht mehr den Nachschuss rein, ey. Ach, fickt euch doch alle. Blödes Scheißspiel. Ey, komm schon, Alter. Wo hast du passen gelernt? Da läuft schon der nächste Konter. Wo Loni überhaupt was gelernt hat, ist die nächste Frage. Aber gut, anderes Thema. Ja, fickt euch. Fickt euch, ey. Das ist tight am Arsch, du Schwasti. Genau wegen solchen Scheißfrüchen geht ihr immer im Sack. Meine Gegner sind nicht tight, man. Der soll Bananana sein, Alter. Ich lasse gleich den schwarzen Koffer fließen. Danke. Nein, nicht danke sagen. Nein, nein, nein. Ich sollte mich nicht bedanken. Nicht nach dieser Scheißleistung. Das ist einfach ungerechtfertigt, sich hier zu bedanken. Ja, John Terry, Alter, geht ja richtig ab hier. Weil das kann, Junge. An einem Moment ist es gar nicht meiner, weil das scheiße ist. Hat eher Glück. Es spielt schnell Tore. Na, komm. Ui, ui, ui. Ich hätte nicht gedacht, dass der zum Schluss kommt. Geil. So, in der zweiten Halbzeit brauche ich also neun Tore in drei Minuten. Locker. Shakira locker, locker oder was? Ne, weiß ich nicht. Das kann ich mir komplett abschminken, oder was? So. Heftig, heftig. 4-1, komm, bitte. Bitte, danke. Dankeschön, ey. Komm, komm. Wo die Kugel, wo die Kugel? Kack. Nein. Ach, scheiße. Ich hab doch L1 gewollt, Alter. Fick dich doch, Spiel. Meine Fresse. Los, alle aufs Feld, Mann. Es beginnt die zweite Hälfte. Ja, halt's Maul, Idiote. Und, der Tor war... Nein. Spaß, die Kind. Weißt du, und wenn dann sowas Geiles rauskommt, dann macht's einfach nur Spaß. Dann macht's wieder Spaß, ey. Wenn Owen euch so wegballert. Weil er's kann. Ja, Mann. Noch sieben Tore. Ja, locker. Ja, locker, ey. Gar kein Problem, Junge. Wo ist das Problem an der Sache? Sieben Tore, zweieinhalb Minuten. Leichteste Übung. Am Arsch, natürlich nicht. Immer weiter so. Immer weiter so. Das war sarkastisch. Für den Rekord kann ich mir in meinen fetten Arsch schieben. Mal wieder. So traurig, dass es auch ist. Ich hoffe zwar auf den 5-Minuten-Rekord, aber ich glaube tatsächlich vergeben. Ich glaube vergeben. Michael Owen, Mann, der Typ hat's voll auf dem Kasten, Alter. Der hat Überkraft, Junge. Tunnel von England nach Frankreich. Voll durch dich durchgeschossen. Das ist auch immer total witzig. Wenn ich einfach mein Bein durch und durch bewegen und dann schieße. Dann will ich immer fragen, tut das eigentlich weh? Tut es so weh wie Loni's Dummeid? Die Antwort ist nein. Nichts. Wirklich nichts. Tut so weh. Ich glaube, wir verstehen uns. Na komm. Ja, geil. Na, 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 na. Wie geil war der denn bitte? Ja, wie geil war der denn bitte? Oh, ich hab das nicht gesehen. Könntest du es bitte wiederholen, 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 wiederholen. Gibt euch ein paar Nanana und locker Ballert er gegen Lehmann rein, ey. Heftig. Owen Überstyle, Junge. Ganz ehrlich, Owen Überstyle. So, 6 Tore, 1,5 Minuten. Klar. Warum auch nicht? Scheißdreck, Junge. Scheißdreck. Ach, komm schon. Er schafft es. Ich hoffe immer auf die zweite Halbzeit, aber irgendwie, irgendwie zieht es hier nicht so. Man hofft ja immer so, man wächst einmal über sich hinaus, aber. No. Außerdem, warum habe ich gerade die Zeit? Warum verliere ich jetzt schon wieder den Ball, ey? Loni, nimm doch den. Weißt du, nimm doch Hand. Das interessiert doch scheinbar keinen hier. Kannst doch machen, was du Bock hast oder was. Meine Fresse, so. Trick. Danke. Ah, Mann. Meine Nase wieder. Ja. Scheiß-Teil, ey. Diese Nase geht mir so im Sack. Was bildlich verzachtet, wie das sehr komisch ist. Ja, mal ehrlich. Warum jucken Nasen? Warum tun die so was? Und warum ballert Owen euch in eure festlichen Fressen? Real keepen, ja, real keepen. Das war nicht beleidigt, das war die Wahrheit. Abwehr, 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 Abwehr. So. Komm, 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 komm. Komm. Was war denn das bitte? Was war denn das bitte für ein wackes Teil, ey? Das ist mich verarschen. Also, öh. Merkst du selber, ne? Wenn du weiter so machst, Alter, dann hast du und dein... Richtig wack, richtig wack, Junge. Ich bin voll ins Gesicht geballert, aber wir können's, ja? Ach, komm, fick dich. Ja, ist drin, blablabla, mach weiter, mach weiter, mach weiter. Boah, das interessiert echt keine Sau, was du laberst. DJ halt's Maul. So, danke. Oh, oh, ist bedankt, ist bedankt, ist bedankt, ist bedankt, ist bedankt. Natürlich, natürlich, natürlich nicht. Willst du mich verarschen? Hab ich echt beide Leute von mir abgeballert. Fick dich. Pissspiel, ey. Ich hasse es. FIFA Street ist behindert, was ich hier gespielt habe, ey. Komm, mach weiter, Finale, ich will hier raus. Ich hab keinen Bock mehr. Boah. Wie unglaublich angepisst ich gerade bin, ist ja Wahnsinn. So, Spielspieler, ist hau los. Ja. Warum knackst du meine Kopfhörer so komisch? Keine Ahnung. Ich will's nicht wissen, glaube ich. Oh yeah, du hast's geschafft, du bist zur Finale, Keule. Weil ich's kann, Junge. Oh, der Torwart ist heiß langsam. Torwart hatte Glück. Ich glaub, 74 war das, ne? Also, nein! Halt einfach die Fresse, Junge. Halt einfach deine scheiß Fresse. Bleib dir ehrlich. Halt einfach das Maul. Nur Qualität, nur Qualität, nur Qualität hier. Ey, das gibt's ja nicht. Bin ich echt 0-1 hin, weil da so ein Spacko von mir dachte, ey, es ist ganz geil, den ins eigene Tor zu schieben. Weißt du, da schmeißt er dich doch rein und willst ihn wegboxen, aber noch nicht sowas. Was war das denn? Genau, Mann, kriegst du das Ding nicht rin hier. Na, 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 na. Irgendwie funktioniert der nicht mehr, seit ich meinen Pananana-Song dazu singe. Was sag ich, Harris, einer ist aber egal. Ich darf Gedanken gut klauen. Ich bin Noni. So, pass auf. Oh, Weltklasse. Der war richtig geil, Junge. Der war nicht schön, der war geil. So, das war Einsatz, weißt du, das ist Street. Sowas will ich auf der Street hier sehen. Ouch. Na, komm. So, schön. Schön, euer. Ich hatte ehrlich gesagt für 30 Sekunden lang Angst, dass ich hier verlieren könnte. Aber ich glaube jetzt irgendwie nicht mehr dran. Nein. Nein. Oh, Mann, ey. Ich muss mich verarschen, oder was? Ach, ich hatte noch gar keinen Gamebreaker. Ich wundere mich, drücke L1. Das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Aber, na ja. Wir haben ja das Rätsel so jetzt aufgedeckt. So. Oh, ich krieg schon mal alle weg, weil ihr behindert seid. Weil ihr behindert seid, Alter. Scheiße, der hat mich gefickt, ey. Was? Moment mal. Bevor, was hast du gemacht? Also, erst mal war das Dekor-Total-Ausfall. Und bevor? Durch, bevor, durch. Durch, bevor, durch. Ich möchte es anprangern. Durch, man kann nicht durch, bevor durchschießen. Jungs, man kann nicht einfach so durch Leute durchschießen. Und ich meine, oh mein Gott, das kann man doch einfach machen. Das kann man doch nicht einfach machen, Junge. Dafür ballert euch Dekor übel ab. Und tschüss. So. Ich verliere das Spiel nicht. Ich werde das Spiel nicht verlieren. Nein. 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 Jetzt hört auf zu tricksen, Alter. Hört auf. Böse. Ich darf das, weil ich bin Noni. Ich hab schon sonst nichts aus der Kette hier. Cool, Alter. Und wenn keiner den Ball will, ja. Wenn keiner den Ball will, warum soll ich ihn nicht nehmen? Oh, wie geil. Der war geil. Der war geil. Oh, je, je. Zucker schlägt, ey. Und der war auch übertrieben, ey. Cool, ich fühl mich sehr wohl hier. Das ist schön, aber das interessiert keinen. Mann, wie fies. Wie fies, ey. Kim, guck an, wie fies das denn? Wie fies, ey. So, komm mal ran hier. Komm mal ran, Schnürschubkollege. Okay. Nein. Alter, das gibt's ja nicht. Wer ist denn das hier? Schon wieder der VW. Was ist los, ey? Warum bin ich hinten? Ich spiele auf leicht. Gegen so eine Gurkentruppe. Und da träume ich noch von dem 17-4-Rekordbrecher. Ich hätte darauf gewettet, dass ich meinen eigenen Mann wieder anschieße, aber wundersamerweise. Wundersamerweise irgendwie hab ich's vermied. Schade. Glückwunsch. Ich sehe den mir noch keinen. Junge, ja. Oh, und auf einmal hat Lonis Kopfballabwehr funktioniert. Zum ersten Mal in seinem scheiß Leben, ey. Nein, ich seh's nicht. Vollidiot, ey. Nee, damit hat sich sein Platz hier gleich mal wieder versaut. Und tschüss. Hat mich sehr gefreut, sie kämmengelernt zu haben. Nicht. Ich zieh aber heute keine... Also, irgendwie geht's das heute nicht. Na, 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 na. Alter, jetzt Lonis. Du blöder Spast. Nimm diesen scheiß Ball doch. Das gibt's ja nicht. Wie kann man so verhindert sein, ey? Ich verliere ja gerade im Finale, weil, weißt du noch, die Spasten, die du, das einfach nicht auf Kette haben, ey. So, bitte baller doch einfach mal. Danke. Fucking schön. Ja, danke. Fucking schön. Meine Fresse. Muss mir echt ragen, dass mal was funktioniert hier. Nein. Ja. Nein. Nein. Nein, 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 nein. So. So. Vier zu vier, ey. Ein spannendes Finale. Zumindest bisher. Das macht mir Sorgen. Sind die so gut? Bin ich so schlecht? Oder hab ich einfach Pech? Mega Reim, ich weiß. Schlecht Pech. Wow. Wow. Wow, dankeschön. Wobei ich ehrlich gesagt bei dem anderen Spiel ja auch irgendwie, wie war das? Ich glaub, ich war auch, hatte auch vier Gegentore und hab dann am Ende halt noch 17-4 gemacht, weil ich dann keins mehr kassiert hab. Aber das ist irgendwie sehr weit entfernt gerade von dem, was ich hier zusammenspiele. Nein, 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 nein. Klar, jetzt haben die auch einen, aber es ist mir jetzt egal. Ich mach einfach noch ein Tor schnell. Ich bin nicht vorschnell, aber mach einfach noch ein Tor schnell. Tja, und dann könnt ihr euch einen Gamebreaker in euren fetten Arsch schieben. Spastis. Oh, yes. So. Ja, sorry. Ja, sorry. Not sorry. Alter, was ist da los, Loni? Wo ist denn ein Skill auf einmal hergeklaut? Erstmal zu Penny oder was, ey? Wow. Ich bin gerade schwer beeindruckt. Loni, ich bin sehr schwer beeindruckt. Ich bin schwer und beeindruckt. Ne, keine Ahnung. Aber das, wow. Also das, damit hätte ich gerade echt nicht gerechnet. Ach, geht zum Ball, geht zum Ball. Loni, du willst mich verarschen. Das gibt's ja mal wieder nicht. Du hast mir wieder Sonderstatt. Du darfst behindert sein, oder was? Loni, so Behindertenwerkstatt, ey. Aber dankeschön. Wenigstens baller ich euch konkret ab, ey. So. Ach, scheiße. Ja gut, dann kommt auch der Gamebreaker. Dann darf ich mich aber auch nicht wundern. Ja, der geht locker rein. Kein Problem. Der war nicht geil. Mach weiter. So. Aus Frust erst mal die Luft gekickt. Aus Frust. Aus Frust.